moin leute shayden tsg tv hier zum freitag am start und leute ich mache eine kleine ansage und zwar gehen wir back to the roots das bedeutet wir machen wieder gaming content beziehungsweise vlogs und wie ich es schon mal angekündigt hatte switchen wir das ganze casino content auf den anderen kanal was ja jetzt schon passiert ist und wer casino sehen möchte ich sag das hier auch zum letzten mal in dem video der muss den casino channel abonnieren im live stream wird es heute einen dicken stream geben ich schätze mal keine ahnung irgendwann bis morgen früh um 6 oder so um 7 keine ahnung wir werden sehen letztes mal bis halb zehn durchgehalten das war mir aber zu krass da ja da sind mir die augen rausgeflogen das ganze koffein von dem cola weinbrand alter und ich hole mich auf für mal aber auf jeden fall geil hat es spaß gemacht das war richtig heftig das hat sich auf jeden fall ordentlich gelohnt vielen dank für die leute die da waren und ja also wir gehen wahrscheinlich zu infestation zurück werde ich sehen gucken dass ich mich da wieder integrieren kann machen vielleicht auch den einsteiger die einsteiger serie mache ich weiter eventuell wenn ich da jetzt noch einen anschluss finde weil ich habe infestation einfach zu lange nicht mehr gespielt aber wir kriegen das schon hin ja ich habe keine ahnung seit 2012 infestation erfahrung es ist schon 2018 alter was los weißt ich mein über fünf jahre alter also oktober kam es raus 2012 ja krass geil so ja das wollte ich bloß mal am rande sagen wird vielleicht geil für die leute die infestation feiern wer infestation feiert und noch hier ist also viele leute sind ja deswegen gegangen damals weil wir den content versucht haben die können ja mal in die kommentare schreiben was sie davon halten oder allgemein könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet dass wir jetzt gaming und vlogs also hauptsächlich zurzeit vlogs weil ja das macht mir einfach am meisten spaß und läuft am besten und ihr wisst bescheid gaming content könnt ihr mal ein bisschen was vorschlagen wie gesagt infestation auf jeden fall und vielleicht noch diverse andere spiele vielleicht escape von tarkov oder survive the nights habe ich noch am start müssen wir mal gucken wie gesagt survival guys bleibt survival guys oder wird wieder survival guys freue ich mich mega drauf ihr hoffentlich auch ich bin raus ich wünsche euch einen schönen freitag und ganz wichtig streamen heute geht heute online ab ich schätze mal 23 uhr bis 6 uhr dann so also sieben stunden sieben acht stunden ja kriegen wir hin locker easy und wir sehen uns vielen dank fürs einschalten schönes wochenende wünsche ich euch wie gesagt vielleicht wieder live dann wenn ich unterwegs bin mobiler live stream aus dem real life mal schauen wenn es euch gefallen hat like da lassen abo da lassen vergesst nicht ein follow auf twitch da zu lassen um nichts zu verpassen ich räume einfach alles runter hört es ist einfach easy und ja wir sehen uns macht's gut haut rein oder scheinen haut rein oder scheinen na gut das müssen wir noch üben macht's gut 50 50 Bis zum nächsten Mal.